Do you wanna play the Fade-Game? Der Zwischenstand. Die Stars haben 5,5 der erforderlichen 8 Kilo auf den Rippen. Fehlen 2,5 und es gibt nur noch ein Team. Okay, Leute. Sushi wär jetzt gut. Alles, was es gibt am Trinken. Scheiße, gib mir mal den Kühl. Auf den Wagen! Ich trink doch nicht den Kühl, ey! Ja, ich nehm's jetzt mit. Mir egal. Also Champagner trägt man ja kalt. Und in der Hälfte in Thailand bei 40 Grad oder so, muss man natürlich den Kühler mitnehmen. Weil man trägt Champagner jetzt nicht irgendwie so aus der Hand. Ist ja auch asozial. Go, 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 go! Der Gina-Trump! Das ist nicht leicht, einen Champagner an 20 Sekunden zu exen, eine Flasche. Also das ist wirklich, das kann nicht jeder. Das ist schon ein Talent. Wie schaust du das denn? Das nicht! Respekt. Georgina setzt nicht nur sportliche Maßstäbe, sondern auch ästhetische. Der Champagner ist schon leer. Sie hätten ja auch drei Flaschen Champagner hinstellen können, die hätte ich auch nicht geschafft. Ich hab in 30 Sekunden den Champagner ausgetrunken. Georgina, du bist ne Maschine. Habt ihr das gesehen und ich hab das alles geschluckt? Ja, du schluckst auch alles. Okay. Das ist echt spannend. Das ist Weltrekord. Georgina hat sagenhafte 1,3 Liter zugelegt. Sam kommt nur auf 700 Gramm. Georgina und einfach so über zwei Kilo in sich reingeschaufelt, auf sich draufgeschaufelt. Wahnsinn! Also, das heißt, wir sind 60 und 70, sind, oh Gott, ich kann nicht mehr, ey, das ist echt hart, so eine Flasche Champagner auf Exel. Naja, direkt leidend sah sie beim Trinken nicht aus, aber es war alles umsonst. Die Stars schaffen nur 7,5 Kilo. Ein halbes Kilo fehlt. 500 Gramm zu wenig, Mann. Ein halbes Kilo zu wenig zu haben, um weiterhin duschen zu können, ist hart. Hätten wir halt alle ein bisschen mehr geben müssen, ne? Aber ein bisschen duschen geht doch noch. Eine Minute pro Kilo macht siebeneinhalb Minuten fließend Wasser. Für alle zusammen. Ach so! Ja! Das ist so geil! Yeah! Geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel! Und hoppala! Georgina hat sich beim Spiel offenbar ein bisschen verschluckt. Scheiße! Der haut rein, der Champagner so, ne? Okay, warte. Aber wie sagt man so schön, der Appetit kommt beim Essen und der Durst beim Trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.